Ja, gut. Neuer Versuch? Menno, komm schon. Das wird ja wohl noch klappen heute. So. Ich möchte das nicht. Aber es ist trotzdem an. Wir haben ihn eigentlich nicht. Das ist so. Damit rechnet doch keiner. Ich dachte, es ist keine Ahnung, wie so eine Art Seegel oder so. Was ist denn? Ganz ehrlich, ich liebe ja wirklich diese alten Generationen, wie die alten Berge generiert werden. Ich liebe es total, wenn die so dermaßen verkrumpelt aussehen. Oh, lag. Würdest du bitte aufhören zu laggen? Danke. Hier ist wahrscheinlich einfach gerade zu viel los. Was darfst du? Ancient Dryad Cloud Shark Spawn Egg. Oh. Sind das Nandos oder Imbus? Castleberries, okay. Dahin ist so dunkel. Oh, wie cool. Tatsächlich habe ich ja vorhin einmal rumprobiert. Ich weiß, dass ich da aufpassen muss. Und ja, die sind getrocknet. Das heißt, wir müssen die in Wasser schmeißen, nehme ich ja an. Oh, Kupfer. Marmor? Steinchen? Sieht unglaublich geil aus. Ich weiß gar nicht, ob wir die Brauneier wirklich haben wollen. Hey, hierbleiben. Du hast einen lustigen Kuchenhut auf. Komm schon, wir brauchen einen Kuchen. Wir brauchen für heute einen Kuchen. Gib mir, gib mir. Gib mir den Kuchen. Enno, jetzt stirb schon. Meine Güte. Wir halten auch was aus. Gib mir den Kuchenhut. Gib mir den Kuchenhut. Guck mir, gib mir. Nee. Nicht abhauen. Nee. Prioritäten und so, ne? Ich habe euch noch gar nicht alles gezeigt, was man hier in der Welt alles machen kann. Gibt ja noch mehr Dimensionen und alles, ne? Stirb. Stirb doch endlich. Ja, jetzt erfassen. Wir haben Essen. Und wir müssten jetzt theoretisch einen Kuchenhut tragen können. Irgendwie. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung wie. Liegt der Leck an dir? Nee, vermutlich nicht. Dieses Spiel leckt in der Tat sehr. Hier muss man sogar die Steine verkloppen, damit man Steine bekommt. Also wirklich. Leckt es gerade wirklich doll? Nach jedem Last of Us Part 1 Update erst mal für uns, dass wir die Schilder einstimmen. Junkie. Ich kann ja mal gucken, ob ich an den Grafiken noch was machen kann. Decreased. So, weil eigentlich müsste... Komm, wer braucht denn... So viele FPS brauchen wir nicht, oder? Wir sind ja eh nur 60 übertragen. Da brauchen wir noch gar nicht so viel. Was ist das? Ist noch ein Stein. 2 Steine. Es ist immer noch interessant, dass man Steine besiegen muss, damit man sie einsammeln kann. Das ist irgendwie... Sehr merkwürdig. Aber da seht ihr es. Auch Steine haben ein Leben. Was ist denn das? Das sieht ja cool aus. Ich meine, ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber es sieht echt cool aus. Wie so ein Drache. Ist das ein... Ach nee! Oh, das ist eine Kuh mit einem Hut. Oh, wie cool. Wie cool. Ich will den Hut. Ich will diesen Hut. Ich weiß zwar nicht, wie man den aufsetzt, aber guckt euch diesen geilen Hut an. Was denn ändern? Alter, da ist ein... Da ist ein... Wie heißen die? Ein Witherskelett mit dem auf einem Enderdrachen. Wie geil ist dieser Hut? Und irgendwas macht die komischen Geräusche. Ich möchte bitte deinen Hut. Danke. Das wird jetzt eine Weile dauern. Ey, ihr bleiben. Bleiben. Bleiben wir hier. Bleiben sie durch. Bleiben sie durch. Aber... Was hat mich gerade... Was ist die? Sie? Sie? Blumms? Nee, hier bleiben. Hier bleiben. Ich will deinen Hut, bitte. Ich will den Hut. Bitte, bitte. Ich weiß, ich wollte erst den Kuchenhut, aber der hier ist geiler. Ey. Oh, bleib mal stehen. Es tut mir leid. Ich brauche diesen Hut. Es ist leider nötig, dass ich diesen Hut brauche. Bitte. Au. Du schon wieder. Oh, du bist doch fast tot. Danke. Okay. Bustee? Bustee? Auch nicht. Gerade. Der leckt nichts. Hm. Dann macht es auch nicht, woran es lag. Was ist das? Salz? Was war das? Was war das da gerade? Oh? Lavageist hier? Ein Mini-Vulkan? Sieht gerade sehr spannend aus. Mach es doch mal. Mach es doch mal. Ich fühle mich... Oh, wie cool. Das ist cool. Ich weiß nicht, wie wir was abbauen sollen, aber es ist cool. Wir bräuchten mal eben Holz. Hallo, Bäumchen. Bitte gib mich mal ein bisschen Holz. als ich. Wir bräuchten mal ganz dringend einen Crafting-Table. Und in der Hoffnung, dass man irgendwas damit craften kann mit dem Zeug, was wir haben. Wäre nämlich echt super. Ups. Nicht gut. Ah! 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 Wir werden es einfach ein bisschen langsamer einfach angehen. Okay. Was können wir denn mit... Wie viel erstellen? Ah! Bestimmt, wenn wir es erstellen. Mit Kohle, jeder Menge und... Äh! Okay, gut, dann haben wir hier Blieben, die man einfach... Kannst du aber auch anders machen. Whisting Band. Dye Powder. Darken Quartz-Piller. Cancel Lantern mit Mutandes und Raw Beef. Alles klar. Ich bin verwirrt. Äh... Big Eggs. Gucken wir doch mal, wie wir die herstellen. Wie wir die herstellen. Black Iron Ingots oder... PAA Yellow Plates? Oder Packed Eyes. Okay. Sehr interessant. Woraus man das so herstellen kann. Okay. Bitte den Schwanz runter, bitte. Also, falls ihr gerade komische Geräusche gehört habt, äh, Bingstens wieder mal mit seinem Schwanz gegen... gegen das Mikro gekommen. Okay. Äh, Witch Hunter Boots mit Knoblauch und ein bisschen String macht eine Wooden Pickaxe. Alles klar. Oder Pink Stained Glass. Ist nur die Frage, wo wir das herkriegen sollen. Und die Stein aus Wolle und Faden. Ist auch interessant. Oder Obsidian und ein Stick. Diese Rezepte sind doch echt weird, oder? So, Sadum ist auf 100%. Vielleicht ist das unsere Stärke, weil tatsächlich bei der Kuh haben wir wesentlich mehr Schaden gemacht als beim Schwein. Das... Oh, nee. Da wollen wir nicht hin. Da will ich nicht hin. Zu dem Vieh will ich nicht. Das sieht gefährlich aus. Ah, sie hat uns gesehen, glaube ich. Ah! Ja gut, so geht's auch. Das war eine Frage, aber kann man aus Erde was herstellen? aus Dirt. Aus Dirt. Aus Dirt. Dirt Tree? Welches haben wir? Dirt Tree. Wir könnten es transportieren. Crafting. Äh... Macht voll Sinn. Universal Block Reinforcer. Oh. Den wollen wir noch nicht. ein Helikopter. Ein Helikopter. Aus Erde, Sand und Rose Red. Okay. Okay. Workshop Shade? Minecraft Cake. Okay, ein Erdkuchen. Okay. Ich bin absolut verwirrt. Das ist dunkel, das ist nicht gut. Warum leuchtet's mir? Oh, Candy Flower. Hübsch. Wir haben Mais. Bitte sei gut, bitte sei gut. Oh nein, doch nicht Katzen. Ich meine, ich liebe Katzen, ganz ehrlich. Ah. Ja, einer hat einen Endnut. Aber was machen wir jetzt mit so vielen Katzen? Das können wir doch in dieser Welt nicht verantworten. Haben wir noch mehr? Ja, hier drüben. Die hat eine Mr. T-Maske? Oder ist es? Oder ist es? Nee, es ist Mr. T, ja. Eindeutig. Können wir hier rein? Wir können hier rein. Alle meine Mädchen sind rein. Ist hier was drin? Ist hier theoretisch was drin? Ich weiß ja immer nicht nur für's gut ist, ne? Äh. Okay. Wieso sind ich gerade Steine? Nee. Oho. Hih. Hih. Hallo. Okay, wir haben Corn. Äh. Ist das auch für irgendwas gut? Popcorn. Ähm. Ich glaube, dann essen wir es lieber so. Äh. Crop webs. Oh. Sleeping shoes. A vampire chain coat. Light blue shaded glass. Okay. Wer bist du? Little maid. Okay. Keine Ahnung, was sie macht. Okay. Sie hat sehr merkwürdige Augen. Oh, halt. Hallo. Was? Warum bewegst du dich nicht mehr? Oh, sorry. Entschuldige, bitte. Tut mir leid. Tut mir leid. Ist die überhaupt zahm? Doch. Es ist immer leid, dass ich dich nicht geschlagen habe. Das war nicht meine Absicht. Aber sie sah so verbuggt aus. Ist noch eine maid? Wir sind sehr weird. Sehr, sehr weird. Okay. Ähm. Was tun wir jetzt? Er ist ein Creeper? Ich sollte ihm nicht zu nahe kommen. Man muss hier sowieso auch passen, wo man langläuft, aber... Er sieht so... Okay. Ich habe ein bisschen langsam unsere Katzen, ehrlich gesagt. Er ist so fertig. Die Männchen ist so süß. Es tut mir leid, dass ich dich gehauen habe. Das war nicht meine Absicht. Strawberry Bosch? Also wir könnten ein Feld anlegen irgendwo. Creepers? Hoops. Okay. Welche Ziele verfolgen wir jetzt? Wir lassen uns irgendwo nieder? Oder so? Bauen wir ein Haus? Oder erforschen wir einfach nur die Gegend? Gib mir die Sonnenblumen. Ich liebe die Sonnenblumen. Gib mich. Und eine Kartoffel. Das finde ich ja cool. Also ein Feld anlegen können wir. Gar kein Problem. Wir haben Erdbeeren. Samen zumindest. Wir haben eine Karotte. Wir haben eine Kartoffel. Also ein Feld können wir schon anlegen. Gar kein Problem. Da habe ich noch eine Kartoffel. Hier ist ein Stein. Das war wohl noch nicht reif. Irgendwas kommt. Noblauch? Aber hier irgendwas ganz im Arten gewesen. Und dann ist halt auch die Frage, wo lassen wir uns nieder? Also hier scheint es relativ... ...fällig zu sein. Du bleibst mal bitte weg. Ich weiß nämlich nicht, was sie machen. Unsere Katzen brauchen definitiv ein Haus. Hi! Oh! Was liegt da? Ich finde es... Water Dragon Charge. Okay. Was doch immer das macht. Wir wissen alle, was das da oben ist. Nicht wahr? Ist hier irgendwas drin? Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Bloß nicht wehtun. Kein aber in dem Fall nur eine Statue zu sein. Die macht nix. Ich lieb's, wenn mein Player abschmiert. Ihr seht noch was, ja? Los, Mies! Mir scheint auch nix zu sein, habe ich den einen. Ich glaube, da ist nix drin. Du siehst was, sehr schön. Aha. Hallo, Miezen. So viele Miezen. Ähm. Ich habe ein wenig Angst. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, das zu tun. Da unten erwartet uns bestimmt der Tod. Was macht ihr hier unten? Scheint auch nicht, dass da unten irgendwas ist, äh, was, äh, was, äh, okay, warte. Ähm, Leiter? Ich ruft darauf, dass man nicht englisch macht. Iron Tank Coach. Ihr wollt mich, wollt ihr mich veräppeln? Das habe ich doch überhaupt nicht. Aber, ich glaube, hier war es noch so, dass ihr als zweiter gereicht habt, oder? Hallo? Wo noch nicht? Vielleicht können wir damit hoch. Oh Gott, die armen Katzen. Ich hoffe, die kommen nochmal mit hoch. Sonst haben die gleich ein Problem. So, fünf haben wir. In Zweifel, wir haben noch ein bisschen Holz. Das ist kein Problem. Irgendwie kommen wir schon hoch. Hoffe ich. Ich hoffe es wirklich. Ich habe Angst. Na? Ah. Oh. Oh. Ich will. Hier rein. Aus. Wir haben es geschafft. Jetzt möchte ich aber gerne mal wissen, was das hier für komische Dinger sind. Und da oben ist Glas. Ich frage mich was. Cloud Sharks. Definitiv Cloud Sharks. Was ist das? Stinkbuck. Stinkbuck. Ein Stinkkäfer. Au. Gibt es scheinbar mehrere hier. Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung, wozu es gut ist. Aber vielleicht können wir noch mehr davon looten. Vielleicht können wir dann irgendwann mal was Brauchbares herstellen. Weil im Moment sieht es nicht danach aus. Was machen wir denn? Oh nein. Die ist noch da reingefallen. Ach nee. Mach doch sowas nicht. Hallo? Ah. So. Kann man die irgendwie aktivieren? Kann man nichts machen mit Tape Recorder. Wofür ist das da? Kann man es nur kaputt machen oder kann man es auch mitnehmen? Na komm. Äh. Ja. Kann man nur kaputt machen. Schade. Auf zum nächsten Turm. Wer weiß, was man noch alles findet. Und äh. Ich weiß nicht. Ich habe vorhin irgendwelche Würmer im Gras gesehen. Die auf uns zukamen. Ich habe Angst, dass noch mehr hier sind. Oho. 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 Und irgendwie sieht das ganz weird aus, ja. Man sieht hier so richtig die Linien von den einzelnen Blöcken. Und das ist mir gestern schon bei mir aufgefallen. Also ich glaube, ich weiß nicht mal, ob das an der Minecraft-Version liegt gerade. Oder ob ich einfach nur gerade insgesamt mit den Minecraft-Grafiken gerade Probleme habe. Salz. Was ist los? Ach, Miet. Oh, ich weiß. Ist ungewohnt, ne? Noch mehr. Okay, komm. Wir brauchen eigentlich diese ganzen Spawn-Eier. Chipmunk-Spawn-Eier. Okay. Komm, wir brauchen die Spawn-Eier nicht. Ich glaube, die bringen uns mehr Ärger als nutzen. Und es ist gerade nicht gut, dass es dunkel wird. Was ist das? Wie ist der Bunny-Spawn-Eck? Das kommt eine Woche zu spät. Aber Osterhasen können wir gerne ein paar freilaufen lassen. Da mache ich mit. Lucky Block. Vielleicht haben wir Glück. Aber nur viel leicht. Oh, das war Glück. Schaden ist... Zweimal darf ich noch damit zuschlagen, dann ist es hinüber. A Butter of Nuka-Cola. Tomato Seeds. Okay. Lassen wir mal den Dreck hier. Jetzt hier irgendwo ein Haus, wo wir uns mal eben niederlassen können. Da hinten brennt was. Den Ender-Drachen. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass wir den heute schaffen. Da ist ein Haus. Ich hoffe, die haben ein Bett. Die Nächte verbringe ich hier nur ungern. Sieht ja abgeschlossen aus. Aber ich bin ja sehr gespannt. Da ist irgendwas Großes gespawnt. The Angel of Doom. Fancy. Hallo? Oh, ein Hopgoblin. Und hier konnte man handeln, ne? Cobalt Dirt Nugget. Hab ich nicht. Schade. Ich hab grad nochmal die Erfahrungspunkte davor gekriegt. Cobalt Dirt Nugget. Cobalt Dirt Nugget. Cobalt Dirt Nugget. Vielleicht sollte man es auch richtig schreiben, dann klappt das auch. Ja, und ich würde gerne wissen, was man da... Aus Nederrack und Redstone und dem Cauldron kann man also Lucky Blöcke herstellen. Alles klar. Ein Fancy Lamp. Wie cool. Ein Tool Rack. Nicht schlecht. Adventure Backpack. Ja, ich weiß. Es tut mir leid. Hier gibt es leider keine Betten. Aber da drüben ist ein dickes fettes Haus. Vielleicht haben die Betten. Und wenn die kein Bett haben, dann weiß ich auch nicht. Müssen wir nur aufpassen, dass wir hier im Dunkeln nicht wieder in irgendwas reinrennen. Was uns so instant tötet. Wir haben ja auch überhaupt keine Rüstung und nix. Da sind Schafe. Da ist wieder so ein... Kann ich eure Wolle haben, bitte? Warte mal. Wie? Nee, Quatsch. Wolle. Wozu denn Wolle? Äh, Bett. Wie stellt man ein Bett her? Aus einer Leiterplatine? Aus einer Explosive und einem Missile-Modul? Okay, natürlich. Oder aus Eisen. Aus Eisen, Papier und Farbe. Natürlich. Wovon träumt ihr nachts, Leute? Ja, furchtbar. Ich glaube schon an mich, aber nicht an dieses Spiel, du. Keine Ahnung, ob wir Wolle überhaupt für irgendwas brauchen. Schiech. Im Moment macht nichts Sinn hier in dieser Welt. Komm, hier den Berg nicht rauf. Jetzt. Oh, ist das ein riesengroßer Schmetterling und der leuchtet. Fancy. Wie cool ist der denn? Aber dem scheint es irgendwie nicht gut zu gehen. Und hier sind Lucky Blöcke. Hallo, Saurus. Ich glaube, der war harmlos, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Nehmen Abstand, Leute. Ich öffne einen Lucky Block. Wir haben einen Crafting Table. Ganz toll. Ähm, wir haben zu viel Zeug. Au. Au. What? Wo kam der denn hier? Ja, gut. Ey, ich kann dich auch nicht leiden. Das war der dritte Versuch.